ja hallo heute ein kurzes video zum thema kfz elektrik und zwar geht es konkret um dieses relais hier und dieses relais hat es uns allen in dieser werkstatt hier angetan weil man damit so viel machen kann und was man damit machen kann zeige ich euch gleich nach dem intro viel spaß bevor es losgeht dieses relais hier das ist keine neue erfindung das ist sogar eine ziemlich alte erfindung das ist ein sogenanntes umblend relais und war schon im käfer zu finden aber es wird eigentlich dafür gar nicht mehr eingesetzt oder in den wenigsten fällen und man kann aber ganz tolle sachen damit machen und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an kommt mit also bevor es losgeht dieses relais hier das war ursprünglich ist es ein vw ding also das war wie im käfer und sonstwas drin aber mittlerweile ist das halt so alt und ich habe es tatsächlich nur noch von der firma meile gefunden falls es euch interessiert ich verlinke euch das natürlich so sieht es dann aus und ich würde sagen wir packen das jetzt einfach mal zusammen aus ich zeige euch das jetzt natürlich mal einmal kurz genauer so sieht es aus da habt ihr noch mal die nummer und hier könnt ihr die anschlüsse sehen das relais hat fünf anschlüsse 30 56 56 56 a 56 b und s also auf die klemmen bezeichnung werde ich jetzt nicht mehr groß darauf eingehen das kennt ihr eigentlich schon aus den anderen videos wer die nicht gesehen hat hier oben in der ecke das i da könnt ihr die anderen videos angucken okay wir machen jetzt aus dem aus dem 30 anschluss am relais oder auf den 30 anschluss klemmen wir 15 damit wir das ganze noch mal damit wir das ganze noch mal schalten können die wir nehmen eine glühbirne oder leuchtmittel für die dies halt immer genau haben wollen und klemmen die auf 56 b und eine andere klemmen wir auf 56 a auf es klemmen wir einen taster das ist ein schließertaster den kennen wir auch schon aus anderen videos und auf 56 klemmen wir ebenfalls 15 im moment passiert noch gar nichts weil dieser schalter hier ist im moment noch aus und wenn wir den einschalten dann fängt eine glühbirne an zu leuchten so und jetzt wenn wir die taster drücken schaltet das relais um auf eine andere glühbirne es ist eben ein umblend relais das heißt wir brauchen den schalter nicht wirklich dauerhaft umzulegen sondern es reicht einfach nur ein stromstoß zu geben und deswegen heißen diese relais hier auch stromstoß relais es würde theoretisch auch funktionieren wenn ich einfach nur ein käbelchen nehme und dem einen kontakt kurz gebe der kontakt muss natürlich schon sicher sein wenn man darauf vor sich hin wackelt dann funktioniert natürlich nicht so und ich höre jetzt schon viele sagen ja toll und was kann man damit großartiges machen ja passt auf so wir haben das jetzt etwas modifiziert und damit haben wir eine möglichkeit die glühbirne einfach zu schalten oder eben das leuchtmittel jetzt denken sich natürlich viele wiederum ja und das können wir doch mit einem schalter auch lösen ja aber wir können jetzt einen zweiten taster dazu geben und haben die möglichkeit über zwei verschiedene taster das licht an oder aus zu schalten so und diese schaltung ist zum beispiel ganz hilfreich wenn man zum beispiel eine laderaumbeleuchtung haben will und wird vorne in seinem armaturenbrett noch einen taster haben in dem moment wenn man zum beispiel feststellt oh mist ich habe meine laderaumbeleuchtung noch an kann man die von vorne ausschalten wenn man jetzt ausgestiegen ist um irgendwas aus dem laderaum rauszunehmen oder rauszunehmen aus dem laderaum und mal vergessen vorne das licht anzuschalten dann kann man hinten auch nochmal einen schalter anbringen und kann diese laderaumbeleuchtung zum beispiel auch von hinten schalten theoretisch können wir da so viele schalter dran machen wie wir wollen das heißt wir können an die rechte tür einen schalter machen auf die linke tür hinten an die türe hecklappe unterboden auf das dach wir können so viele dran machen wie wir wollen wir brauchen hier nur einen stromstoß zu geben und schon ist die sache geschaltet so und hier in diesem falle weil wir das eben nicht auf 30 geklemmt haben haben wir eben die möglichkeit das ganze auch noch auszuschalten dann passiert eben nichts wir können das ganze eben auch so schalten dass es dauerhaft im betrieb ist dieses stromstoßrelais hier das funktioniert rein mechanisch das heißt in dem moment wenn es mal umgeschaltet hat verbraucht es selber keinen strom mehr ja das heißt ihr könnt es theoretisch auf dauerplus klemmen es umgeschaltet lassen und es wird kein strom fließen natürlich wenn das relais einen verbraucher einschaltet eine glühbirne oder eine lampe oder sonst irgendwas dann wird natürlich ein strom fließen aber das relais selber wird kein strom brauchen so und jetzt gucken wir uns noch mal genau an wie das geschaltet wird hier das ganze es geht also einmal von 30 über den schalter auf 15 und das ist unsere 15 verteiler leiste dann geht es hier über das kabel von der 15 verteiler leiste auf 30 bei dem relais ebenso geht das hier von 15 auf 56 und hier von in dem falle hier von 56 b über das leuchtmittel auf masse auf masse und hier können wir über die zwei taster masse schalten auf s Leute was auch noch wichtig ist immer wieder erwähnt ich wechsle hier immer wieder die kabelfarben hier könnt ihr sehen wechsle ich von grün auf rot das macht man im auto natürlich nicht da baut man sich ein schema wo man erkennen kann welche kabelfarbe was ist auch die kabeldicken wechseln hier fröhlich immer hin und her auch das ist nur um kabel zu sparen und ich habe sie ja sowieso schon hier und damit ich nicht einfach immer wieder neue kabel nehmen muss was könnte man damit denn noch schalten man könnte zum beispiel eine hupenumschaltung machen wenn ihr zum beispiel eine ein luftdruckhorn in eurem auto oder einem fahrzeug habt und aber auch eure normale hupe benutzen wollt könnt ihr hier drüber einfach über einen taster umschalten von normaler hupe auf lufthorn einfach per tastendruck ja ich hoffe ihr habt gesehen mit diesem kleinen relais kann man so allerhand anstellen wenn man nur genug ideen hat und sich was einfallen lässt wenn ihr das video gut und informativ fandet würde ich mich über einen daumen hoch freuen über ein abo würde ich mich noch mehr freuen das könnt ihr hier direkt über das logo hinterlassen rechts und links kommt ja wie immer zu meinen anderen videos und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als vielen dank fürs gucken macht's gut bis bald tschüss bis bald